Ich dachte, unsere Liebe wäre wie aus einem Roman. Und egal, wie schwer es wird, wir würden es überstehen, um unsere Geschichte zu erzählen. Wir können, wir können das hinbekommen. Ich will es nicht nur hinbekommen. Ich will richtig leben. Wir sind wie eine tickende Zeitbombe, die gleich explodiert. Ich will es nicht nur hinbekommen.